Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Das tut der Karo aus der Vergangenheit, aber manchmal verwechselt er das mal wieder. Er sagt einfach mal die englische Billion und spricht sie auf Deutsch aus. Darum nimmt ihm das nicht so übel. Also immer dann, wenn der Karo hier in diesem Video die ganze Zeit Billion gesagt hat, meint er eigentlich eine Milliarde. Okay Leute, gucken wir uns mal an, was der gute Karo aus der Vergangenheit hier uns zu bieten hat. Herzlich Willkommen, gute Freunde, Investoren, Newcomer. Was geht ab Leute? Ich hoffe ihr habt einen wundervollen Start in diesen Tag. Trotz dessen, dass der Markt so abgekackt ist. Wir sind auf die 1,47 Billioner Marke heruntergegangen. Der ganze Markt ist am Abschmieren. Cardano, ein kleines bisschen hochgegangen jetzt. Wie einzelne Coins. Shiba Inu auch hoch. Oh Gott. Polygon. Gut, das kann man sich nicht verstehen. Ist etwas hoch. Der FTX Token ist auch hochgegangen. Sehr, sehr interessant. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon mitgekriegt. Woran lag es? Woran lag es? Wer hat das hier verursacht? Das war Terra Luna. Die Luna Foundation hat das verursacht. Warum ist das Ganze passiert? Das schauen wir uns gleich an. Aber vorab gucken wir uns mal an. Hey, ich habe immer diese 10 gewollt. Ich habe immer nach dieser 10 gefragt. Jetzt ist es so gekommen. Gestern waren wir noch bei 11. Heute bei 10. Ich denke mal, wenn wir noch ein kleines bisschen weiter herunterfallen, dann ist das der perfekte Moment. Ich habe trotzdem im Monatschart bei Bitcoin einige sehr interessante Sachen erkannt, die eventuell darauf hinweisen, dass wir einen lokalen Tiefpunkt gebildet haben. Aber das gucken wir uns gleich an. Schauen wir uns erstmal an, was noch passiert ist. Warum ist so viel Geld rausgeflossen aus dem Markt? Wenn wir Terra Luna mal beiseite lassen, schaut euch mal diese Liquidation an. 800 Millionen wurden an Longs gestern liquidiert, an 202 Millionen an Shorts. Wir haben eine Billion an Leverage-Tradern verloren. Sie wurden liquidiert. Das ist halt immer das Gefährliche daran, wenn man glaubt, dass man den Markt versteht. Leute, wir sagen es immer wieder. Das ist aber egal. Das ist eine Sucht. Das ist wie eine Spielsucht, kann man das sehen. Menschen spielen wirklich. Das hat nichts mit Traden, nichts mit Investment zu tun. Das ist eine Spielsucht. Darum passt auf. Geht da nicht mit hunderter Leverages, mit irgendwelchen Trades rein, weil ihr glaubt, ihr habt den Markt jetzt verstanden. Wie ihr sehen könnt, hat man gar nichts verstanden. Solche kleinen Ereignisse oder eine Entität wie die Luna Foundation kann so einen Crash verursachen. Und das ist das, was ich meine, Leute. Viele erhoffen sich, weil so viele Institutionelle Bitcoin kaufen. Oh, die werden jetzt den Markt sichern. Wir werden nie wieder crashen. Diesmal ist alles anders. Versteht ihr jetzt, wie eine einzige Entität so einen Crash verursachen kann? Und das war nur eine. Eine einzige Entität. Und wir haben in der Vergangenheit schon oft gesehen, dass der F2-Mining-Pool ein Mining-Pool alleine schon so einen Crash verursachen konnte. Aber gut, Leute. Bevor ihr das Video weiterschaut, liked dieses Video, wenn ihr mögt, was ihr seht. Unterstützt diesen Channel. Und unterstützt diesen Channel beim Wachstum, Leute. Okay. Gucken wir uns das mal an. Was ist denn hier passiert? Terra Luna ist kollabiert. Ist auf 60% gefallen. Und der UST Stablecoin ist auf 70 Cent heruntergefallen. Ja, der ist unter einen Dollar gefallen. Ihr müsst verstehen, jedes Mal, wenn der UST gemintet wird, wird ein Terra Luna verbrannt dafür. Liegt der UST-Kurs, also der Kurs unter einem Dollar, dann werden, wenn UST verkauft werden, beziehungsweise liquidiert werden, neue Terra Lunas gemintet. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass beide Kurse richtig in den Keller gehen, wenn keine richtige Liquidität mehr vorhanden ist. Was hat Terra Luna hier für einen Mechanismus dafür gehabt? Ja, sie haben Bitcoin-Reserven aufgebaut. Und diese Bitcoin-Reserven können sie dann verkaufen, um den UST zu stabilisieren. Und was ist dann passiert? Der Kurs ist gefallen. Wir waren hier, wie ihr sehen könnt, fast bei 70 Cent runter. 69 Cent, glaube ich sogar. Und dann haben sie angefangen, Bitcoins zu verkaufen. Wie viel Bitcoin haben sie denn verkauft? Sie haben erstmal 1,5 Billionen Dollar an Bitcoin aus ihren Reserven geholt. Das waren Bitcoins, die sie bei 47.000 Dollar gekauft haben. Und letztendlich waren sie bereit, sie für 33.000 zu verkaufen. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Bestätigung von der Luna Foundation, dass der Verkauf getätigt worden ist. Hier wurde gesagt, wenn der Kurs weiter fallen sollte, ja, dann müssen sie halt in den sauren Apfel beißen letztendlich und das tun. Wenn wir hier auf die Terra Luna Seite gehen, dann sehen wir folgendes. Hier haben sie einen Beitrag gepostet. Gehen wir einmal hier drauf und dann können wir uns die Reserven angucken. Und was finden wir jetzt? Kein Bitcoin mehr. Sie haben all ihre Bitcoins verkauft. Schaut euch das mal an. Und das sind dann ungefähr 4 Milliarden fast. Keine 1,5, sondern 4 Milliarden sind losgeworden am Bitcoin. Keine Bitcoin-Reserven mehr. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, Leute. Und das hat natürlich mit dazu geführt, dass der Markt so gecrashed ist, dass Bitcoin so in den Keller gegangen ist. Gucken wir uns mal an. Es ist dann natürlich so ein Domino-Effekt entstanden. Weitere Trader haben ihre Gelder in die Exchanges reingehauen. 5,7 Milliarden an Bitcoin sind in die Exchanges reingeflossen. Und es haben natürlich starke Verkäufe stattgefunden. Glassnode hat hier präsentiert gehabt, dass gestern 5,6 Milliarden an Bitcoins in die Exchanges reingegangen sind und 3,9 Milliarden raus. Das war natürlich nur auf gestern bemessen. Und es war ein Inflow von plus 1,7 Milliarden Dollar an Bitcoin. Es sind 1,3 Billionen Dollar an Ethereum in die Exchanges reingekommen. 1,2 Billionen raus. Aber die Differenz dazwischen, es waren halt 1,2 wahrscheinlich, 1,8, waren nur 15,3 Millionen. Und das ist jetzt nicht so dramatisch wie beim Bitcoin. Und schaut euch mal den Tether an. Da ist richtig, richtig viel Tether gekauft worden. Ja, meinen sehr, sehr starken Outflow an Tether von 544 Millionen. Ja, wenn das Vertrauen an den UST halt verloren gegangen ist, dann haben wohl viele deshalb Tether eingekauft. Ihr habt ja gesehen, es wurden 1 Milliarden Tether gemintet. Ja, wie ist das überhaupt zu diesem starken Abverkauf gekommen von dem UST-Token? Auf Anchor konnte man halt bis zu 20% auf UST bekommen. Und einige Trader bzw. Investoren, sie haben ihr Vertrauen leicht verloren gehabt und haben angefangen, ihre Gelder rauszuziehen. Und über die Hälfte wurde dann rausgezogen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass der Preis unter einem Dollar gefallen ist. Dass dann Tether Lunas gemintet wurden, während UST verbrannt worden sind. Das hat ein Überangebot auf dem Markt geschaffen von Luna. Luna ist mitgefallen, UST ist gefallen. Dann haben sie ihre Bitcoin-Reserven verkauft, in der Hoffnung, das Ganze zu stabilisieren. Aber hat nicht ganz geholfen. Wir sind immer noch bei 90 Cent pro UST. Nichtsdestotrotz hat sich die Luna Foundation dazu geäußert und hat gesagt, hey, sobald sich die Lage ein bisschen beruhigt, kaufen wir wieder neue Bitcoin ein und werden eventuell wieder einen neuen Reverse schaffen und den Bitcoin-Preis wieder dadurch nach oben mitschieben können. Aber gut, gucken wir uns das mal an. Was haben wir hier für Daten? Glassnode repräsentiert uns hier die Exchange Outflows, also das Volumen an Bitcoins, was aus den Exchanges rausgegangen ist, im 7-Tage-Moving-Average. Das ist der Stundenchart. Schaut mal an, es geht wieder hoch. Also Bitcoins gehen wieder raus aus den Exchanges. Was haben wir hier? Wir haben Bitcoin Supply in Profits, auch in den letzten 7 Tagen im Hourly-Chart. Also die Bitcoins, die noch im Positiv sind, beziehungsweise die im Profit sind, sind hier herabgefallen. Das heißt, auch hier werden wahrscheinlich die meisten erstmal abwarten und versuchen, nicht im Minus zu verkaufen. Dann haben wir hier die Bitcoin Supplies, die im Minus sind komplett, sind auch extrem hoch gegangen. Das heißt, hier haben wir auch viele, viele Bitcoins, die in den Verlusten sind und nicht in Profiten stecken. Das ist ein Hoch von den letzten 2 Jahren, den wir hier erreicht haben, bei den Bitcoin Adressen, beziehungsweise den Bitcoin Supply, die im Minus sind. Auch ein Zeichen eher dafür, dass wir hier keinen weiteren Abverkauf sehen können. Aber vorsichtig bleiben, der Markt ist verrückt. Wir wissen nicht, was passieren kann. Dann schauen wir uns mal Bitcoin hier im Monatschart an und wir nehmen uns einmal den MACD hier rein und schaut euch das mal an. Es wurde schon öfter diskutiert. Wenn wir die Kreuzung haben von dem MACD nach unten, dann haben wir immer wieder Tiefpunkte gebildet auf dem Markt. Und das Ganze können wir auch hier betrachten beim Aktuellen. Wir haben hier eine Kreuzung gehabt, das wurde schon öfter diskutiert. Und siehe an, das Ding fällt und was haben wir beim Relative Strength Index. Das ist auch sehr, sehr interessant, was wir hier finden, Leute. Guckt euch das mal an. Der 2000, nach dem 2013er Bullrun, den Bottom, den wir gebildet haben, das war der letzte Bereich, wo wir den RSI hier so tief hatten. Danach beim Bottom des 2017er Bullruns sind wir einmal unter diese Linie gegangen. Bei der Corona-Korrektur hier unten haben wir den einmal angetestet und genau dort befinden wir uns jetzt gerade. Genau dort befinden wir uns jetzt gerade. Ist es eventuell ein Zeichen, dass wir den Bottom erreicht haben oder gehen wir noch ein bisschen weiter runter? Schauen wir mal. Der Candle Momentum Oscillator hier, der hat in der Vergangenheit auch nur zweimal angeschlagen. Und das war einmal, wo wir den Tiefpunkt nach dem 2013er Bullrun hier gebildet haben. Das war nachdem wir den Tiefpunkt des 2017er Bullruns hier gebildet haben. Und jetzt schaut euch das mal an, wo wir hier sind. Ja, wir sind noch da drüber, aber guckt euch das mal an. Das ist eine interessante Sache, die wir hier gefunden haben. Schaut euch mal an. Seht ihr diese Ecke hier? Und das ist jetzt das Interessante. Diese Ecke hier, bevor wir den Tiefpunkt gebildet haben, das war hier. Das war dieser lange Candlestick, dieser rote hier. Und genau dort befinden wir uns jetzt gerade. Nur einmal waren wir in der Vergangenheit an dieser Stelle. Und das war hier. Dort nach dem 2017er Bullrun, bevor wir den Tiefpunkt hier gebildet haben. Ist es auch wieder ein Zeichen dafür, dass wir jetzt den lokalen Bottom erreicht haben? Das bleibt abzuwarten, Leute. Es ist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Aber wir wissen nicht, ob der Markt jetzt komplett reverseln wird und nach unten gehen wird. Wir haben hier den Tiefpunkt neu gesetzt. Wir sind auf die, keinen Moment, wollen wir das mal genau machen. Wir sind auf die 29.700 runtergefallen. Halten uns aber noch hier über die erste weiße Linie, die wir gebildet haben. Abwarten, wollen wir mal schauen. Bitcoin ist hier hochgegangen und das Volumen ist mit hochgegangen, wie wir sehen können. Wir haben ein höheres, gehandeltes Volumen gestern gehabt. Heute auch im Grün ist das Volumen etwas nach oben gegangen. Gucken wir mal, was der DAX macht. Der ist schon geöffnet. Ist ein kleines bisschen im Plus gegangen, hat im Plus geöffnet. Der Nikkei ist auch hier im Plus gegangen. Hat hier einen richtig schönen Long Leg Doji gebildet. Sehr, sehr interessant. Gold geht auch ein kleines bisschen hoch, ist im Grün. Und selbst Silber ist im Grün, während der US-Dollar-Index leicht am Fallen ist. Aber schaut euch das mal an. Wir haben hier 1, 2, der dritte Oszillator, der sich hier bildet. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Markt sich nicht sicher ist, in welche Richtung das gehen soll. Abwarten. Der USDT ist gefallen, die Dominanz beziehungsweise. Und das sehen wir halt daran, dass Bitcoin jetzt ein kleines bisschen nach oben gegangen ist. Wollen wir mal abwarten und schauen, in welche Richtung das geht. Ethereum hat sich hier eigentlich recht stabil gehalten. Hat den Bottom hier auch noch nicht angetestet. Ist zwar unter die zweite Support-Linie gefallen. Hält sich aber hier noch recht stabil. Hat auch einen Auftrend. Und XRP ist jetzt auch nicht allzu dramatisch gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, bei solchen Korrekturen, die wir jetzt sehen, würden wir wesentlich weiter fallen. Ich habe jetzt mit der 40 bis in die 30er-Bereiche gerechnet. Aber es hält sich meines Erachtens nach noch im grünen Bereich. Wenn man das im Verhältnis dazu setzt, was der gesamte Markt macht. Abwarten, Leute. Abwarten. Wir müssen jetzt sehen, in welche Richtung das geht. Sollten wir hier weiter ein-crashen und unter diese Preisbereiche kommen und uns längerfristig dort unten halten. Ja, das sieht dann kompliziert aus. Ich denke mal, dann wird es wesentlich länger brauchen, bis wir hier eine starke Bottom-Bildung im Bärenmarkt haben. Und wieder hochkommen in diese Retracement-Bereiche, wo wir dann eventuell die Rotation sehen. Ich habe nachts eine Sache erkannt bei den Elliott Wave-Counts, die eventuell darauf hinweisen, dass das hier ungefähr die vierte Welle ist. Dass wir eine Flat-Correction, eine Flat-Expanded-Correction haben, die dazu führen kann, dass wir hier einen Top bilden und die dritte Wave trotzdem hier ungefähr wäre. Aber das gucken wir uns mal ein anderes Mal an. Schauen wir uns mal an, jetzt erstmal, wie der Markt sich in den nächsten Tagen entwickeln wird. Die Woche ist noch jung. Abwarten, Leute. Positiv sieht das Ganze nicht aus, aber überhaupt nicht. Für jeden Chart-Analyst müssten hier eigentlich alle Alarmglocken angehen. Aber ich sehe das immer noch nicht allzu negativ, denn es ist kein natürlicher Verlauf. Terra Foundation hat das letztendlich hier verursacht und die ganzen Liquidationen über eine Milliarde, die wir jetzt gesehen haben auf dem Markt natürlich auch. Darum bin ich dem noch nicht so negativ gestimmt. Aber gucken wir mal. Ich kann komplett falsch liegen, Leute. Ich bin aber immer noch ruhig. Der Fear-and-Greed-Index und der Sentiment, der beruhigt mich eigentlich. Immer dann, wenn alle so komplett nervös sind und am Ausrasten sind, entspannt mich das eher. Ich bin eher nervös, wenn das Ding nach oben geht. Alle sind dann euphorisch. Ich denke dann immer, oh, 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 oh. Ich muss den richtigen Ausstiegspunkt finden. Und jetzt ist das mehr so, das beruhigt mich eher. Aber gut, gucken wir mal. Werden wir sehen, ob ich im Recht liege oder nicht, wenn die Zukunft kommt, Leute. In diesem Sinne wünsche ich euch noch allen einen wunderschönen Tag, Leute. Und Crypto Heroes out.